Ich muss versuchen, von Monk zu erzählen. Ich meine buchstäblich versuchen. Einen gut durchdachten Versuch unternehmen, die Widersprüche in seiner kurzen und erbärmlichen und wenig originellen Geschichte zu überbrücken. Etwas daraus zu machen, nicht aus den nebelhaften Werkzeugen der Vermutung und Folgerung und Erfindung, sondern diese nebelhaften Werkzeuge und das nebelhafte und unerklärliche Material anzuwenden, das er zurückgelassen hat. Denn nur in der Literatur können die Paradoxen und sich gegenseitig widerlegenden Anekdoten in der Geschichte eines menschlichen Herzens durch die Kunst zu Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit nebeneinander gestellt und verschmolzen werden. Er war schwachsinnig. Vielleicht sogar ein Kretin. Er hätte überhaupt nicht ins Zuchthaus geschickt werden dürfen. Doch zur Zeit, als sein Prozess lief, hatten wir einen jungen Staatsanwalt, der gern einen Sitz im Kongress gehabt hätte. Und Monk hatte keine Angehörigen und kein Geld und sogar keinen Anwalt. Denn ich glaube nämlich nicht, dass er je begriff, weshalb er einen Anwalt benötigen könnte oder auch nur, was ein Anwalt war. Und daher bestimmte das Gericht einen Anwalt für ihn. Einen jungen Mann, der gerade erst für Prozesse zugelassen war und wahrscheinlich nicht viel mehr über die praktische Funktion der Strafgesetze wusste als Monk. Und der Monk vielleicht auf Anweisung des Gerichts als schuldig erkannte oder vielleicht vergaß, dass er einen Antrag auf geistige Unzurechnungsfähigkeit hätte einreichen können, da Monk keine Sekunde leugnete, den Verstorbenen getötet zu haben. Ja, man konnte ihn einfach nicht hindern, es zu bestätigen oder zu wiederholen. Es war kein Bekennen und auch kein Prahlen. Es war beinahe, als versuchte er, eine Ansprache zu halten. An die Leute, die ihn neben der Leiche festhielten, bis der Deputy kam, und an den Gefängniswärter und an die anderen Gefangenen, vereinzelte Nigger, die wegen Glücksspiels oder Vagabundierens eingeloggt waren oder weil sie Whisky in den Hinterhöfen verkauft hatten, und an den Friedensrichter, der ihn vor Gericht stellte, und an den vom Gericht bestimmten Anwalt und an den Gerichtshof und die Geschworenen. Schon eine Stunde nach dem Mord schien er sich nicht mehr erinnern zu können, wo es geschehen war. Er konnte sich nicht einmal an den Mann erinnern, den getötet zu haben er dauernd bestätigte. Er nannte als sein Opfer mehrere Männer, und das nur auf Hilfe und Unterstützung hin, Männer, die noch am Leben waren, und sogar einen, der um die Zeit im Amtszimmer des Friedensrichters saß. Doch nie leugnete er, getötet zu haben. Es war keine Hartnäckigkeit, es war einfach eine gelassene Wiederholung der Tatsache, wiederholt mit einer klaren und eifrigen und sogar sympathischen Stimme, während er gleichzeitig versuchte, seine Ansprache zu halten und ihnen etwas zu sagen, woraus sie nicht klug wurden und das anzuhören, sie sich weigerten. Er legte kein Geständnis ab, er versuchte nicht, Gründe zur Milde vorzubringen, um sich so den Folgen seiner Tat zu entziehen. Es war, als versuche er etwas zu postulieren und als benütze er die Gelegenheit, um den bisherigen Abgrund zwischen sich und der Welt zu überbrücken, der Welt lebender Menschen, der wägbaren und kreisenden Erde, wie es die merkwürdige Ansprache bezeugt, die er fünf Jahre später vor dem Galgen hielt. Doch eigentlich hätte er überhaupt nie leben sollen. Er kam, tauchte auf, ob er dort geboren war oder nicht, weiß keiner, tauchte auf aus dem Bergland im östlichen Teil unseres Staates, einem mit Kiefern bestandenen Land, in dem es vor 25 Jahren, Monk war etwa 25, fast noch keine Landstraßen gab und wohin sich sogar der Sheriff des Landes niemals wagte. Ein undurchdringliches Land, fast unbebaut und von einem sippenbewussten Volk bewohnt, das sich durch nichts und niemand gebunden fühlte und das die außerhalb lebenden Menschen erst zu sehen bekam, als vor ein paar Jahren gute Straßen und Automobile in die grünen Bollwerke eindrangen, in denen die Bewohner mit ihren verschandelten schottisch-irischen Namen untereinander heirateten und illegalen Whisky brauten und hinter Holzschuppen und Flechtzäunen hervor auf jeden Fremden schossen. Und die guten Landstraßen und die Ford-Autos waren es, die nicht nur Monk nach Jefferson brachten, sondern auch gerüchtartige Nachrichten über seine Herkunft. Denn selbst die Leute, unter denen er aufgewachsen war, schienen über ihn fast ebenso wenig zu wissen wie wir. Eine Geschichte von einer alten Frau, die sogar unter diesen eifervoll einsamen Menschen wie eine Einsiedlerin gelebt hatte, in einem Blockhaus mit einem geladenen Gewehr gleich hinter der Tür und von einem Sohn, der gemordet hatte und geflohen war, vielleicht fortgejagt, wohin, das wusste zehn Jahre lang kein Mensch, bis er eines Tages mit einer Frau zurückkehrte, einer Frau mit hartem, grellem, metallischem Großstadthaar und einem harten, hellen Großstadtgesicht, die man auch aus der Entfernung auf dem Anwesen hatte sehen können, wenn sie über den Hof ging oder auch nur in der Tür stand und in die grüne Einsamkeit blickte, mit einer kalten und mürrischen und blicklosen und auch tödlichen Unergründlichkeit darüber hinblickte. Doch tödlich wie eine Schlange tödlich ist, also auf andere Art als der bei jenen Leuten fast traditionelle Ritus Warnruf und Feuer. Dann waren sie nicht mehr da. Die anderen wussten nicht, wann sie aufgebrochen waren oder warum, so wenig sie wussten, wann sie angekommen waren und warum. Manche sagten, die alte Frau, Mrs. Odellthrob habe sie eines Abends alle beide mit dem Gewehr eingeschüchtert und aus dem Haus und der Gegend gejagt. Jedenfalls waren sie nicht mehr da. Und erst Monate später entdeckten die Nachbarn, dass ein Kind im Haus war, ein Säugling. Ob mitgebracht oder dort geboren, das wussten sie auch wieder nicht. Dieses Kind war Monk. Und weiter erzählte man sich, wie sie sechs oder sieben Monate später die Leiche gerochen hätten und wie einige von ihnen ins Haus gegangen seien, wo die alte Mrs. Odellthrob schon seit einer Woche tot lag und wie sie ein kleines Menschenkind mit nur einem Hemd aus Matratzenstoff bekleidet gefunden hätten, das aus der Ecke hinter der Haustür das Gewehr herbeizuschleppen versuchte. Sie konnten Monk nicht einfangen. Das heißt, beim ersten Mal gelang es ihnen nicht, ihn festzuhalten und nachher bot sich nie wieder eine Gelegenheit. Doch er ging nicht fort. Sie wussten, dass er sich irgendwo versteckte und sie beobachtete, während sie die Leiche für die Beerdigung zurechtmachten und dass er ihnen aus dem Dickicht zuschaute, als sie die alte Frau beerdigten. Eine Weile sahen sie ihn nicht mehr, wenn sie auch wussten, dass er sich in der Nähe aufhielt, denn am folgenden Sonntag entdeckten sie, dass er sich mit Stöcken und seinen bloßen Händen ins Grab hineingewühlt hatte. Er hatte bereits ein ziemlich großes Loch gegraben und sie füllten es wieder zu. Und in der Nacht lauerten ihm einige Leute auf, um ihn zu fangen und ihm Essen zu geben. Doch sie konnten ihn wieder nicht festhalten. Der wilde, kleine Körper, er war jetzt nackend, entwand sich ihren Händen, als wäre er eingefettet, und er floh und stieß tierische Laute aus. Von da an trugen ein paar Nachbarn etwas Essen in das verlassene Haus und ließen es dort für ihn stehen. Doch sie bekamen ihn nie zu Gesicht. Ein paar Monate später hörten sie dann, dass er bei einem kinderlosen Witwer lebte, bei einem alten Mann namens Fraser, der wegen seines selbst gebrannten Whiskys weit und breit bekannt war. Dort scheint er während der nächsten zehn Jahre gelebt zu haben, bis auch der alte Fraser starb. Wahrscheinlich gab ihm Fraser den Namen Monk, den er in die Stadt mitbrachte, denn keiner erfuhr jemals, wie ihn die alte Mrs. Odellthrup genannt hatte, und nun lernte man ihn in der Umgebung kennen oder wurde wenigstens mit seiner Erscheinung vertraut. Ein junger Bursche war es nicht groß und schon ein wenig fett, als wäre er 38 anstatt 18 mit den hässlichen, verschmitzt, dummen Gesichtszügen, deren Schnitt und nicht so sehr deren Ausdruck ihm wohl seinen Spitznamen eingetragen hatte. An dem Mann, der ihn bei sich aufgenommen und ernährte, hing er mit der unbedingten und vertrauensvollen Ergebenheit eines Kindes. Und mit 18 Jahren konnte er bereits, wie es hieß, ebenso guten Fraser-Whisky brennen, wie Fraser selbst. Das war alles, was er je erlernt hatte, Whisky herstellen und verkaufen, wo das Brennen gesetzlich verboten war und deshalb heimlich vor sich gehen musste, was umso mehr das Paradoxe seiner öffentlichen Erklärung hervorhebt, als sie ihm fünf Jahre später die schwarze Kapuze über den Kopf zogen, weil er den Aufseher des Zuchthauses umgebracht hatte. Das war also alles, worauf er sich verstand. Das und die treue Anhänglichkeit an den Mann, der ihn ernährte und unterwies, was er zu tun habe und wo und wann. So dass Monk, nachdem der alte Fraser gestorben war und der Mann, wer immer er sein mochte, mit dem Lastwagen oder Auto kam und sagte, so Monk, nun spring mal rein, genau so hineinsprang, wie es ein herrenloser Hund getan haben würde und nach Jefferson kam. Diesmal war es eine Tankstelle zwei oder drei Meilen vor der Stadt, wo er im Hofzimmer auf einer Matratze schlief, falls sie nicht gerade von einem Kunden eingenommen wurde, der zu betrunken war, um weiterzufahren oder seines Wegs zu gehen. Dort lernte er sogar mit der Benzinsäule umzugehen und das Wechselgeld richtig herauszugeben, obwohl seine Pflichten hauptsächlich darin bestanden, sich zu erinnern, an welcher Stelle in der 500 Meter entfernten Sandmulde die Viertelliterflaschen versteckt lagen. Im Städtchen war er jetzt in seinen billigen, grellen Stadtkleidern bekannt, denen zuliebe er seinen Overall abgelegt hatte, farbige Hemden, die bei der ersten Wäsche ausblichen, die mit einem Band geschmückten Strohhüte, die sich nach dem ersten Regenguss auflösten, gestreifte Schuhe, die ihm an den Füßen in Stücke fielen. Freundlich, unempfänglich für Beleidigungen, gesprächig, falls jemand zuhören wollte, und immer mit dem verschmitzt dummen Gesicht, diesem gleichzeitig verschlagenen und verträumten Gesicht, das trotz des Sonnenbrauns teigig wirkte und dazu seine Eigenart nicht von der Erkenntnis zur logischen Folgerung fortschreiten zu können. Das Städtchen kannte ihn volle sieben Jahre, bis zu jenem Samstag um Mitternacht, als der Ermordete, keiner trauerte ihm nach, doch Monk hatte, wie ich schon sagte, weder Freunde noch Geld noch einen Anwalt, hinter der Tankstelle auf der Erde lag und Monk mit der Pistole in der Hand daneben stand. Es waren noch zwei andere Männer da, die den ganzen Abend mit dem Toten verbracht hatten und versuchte, denen, die ihn festhielten und dann dem Deputy selbst zu sagen, was immer er ihnen mit seiner eifrigen, sympathischen Stimme mitteilen wollte, als hätte das Geräusch des abgefeuerten Schusses die Schranke durchbrochen, hinter der er 25 Jahre lang gelebt hatte, und als hätte er jetzt mit Hilfe des Toten zu seinen Füßen den Abgrund zwischen sich und der Welt der Leben überquert. Er konnte sich nämlich ebenso wenig wie ein Tier eine Vorstellung vom Tode machen, weder vom Tode des Mannes zu seinen Füßen, noch später vom Tode des Gefängnisaufsehers, noch von seinem eigenen Tod. Das Ding, ihm zu Füßen, war einfach etwas, das nie wieder laufen oder sprechen oder essen würde, und daher keinem Menschen weder Gutes noch Böses zufügen konnte und bestimmt nichts Gutes oder Nützliches war. Er konnte nicht erfassen, was Verlust und unwiderruflich endgültiger Schluss bedeuteten. Es tat ihm leid, und das war alles. Ich glaube, er begriff nicht, dass das Ding mit seinem Dortliegen eine Folge, eine Flut von Vergeltungen ausgelöst hatte, für die jemand würde zahlen müssen. Er leugnete nämlich nie, es getan zu haben, obwohl das Leugnen ihm nichts geholfen hätte, weil die beiden Kumpane des Toten da waren und gegen ihn aussagten. Doch er leugnete es gar nicht, wenn er auch nie erzählen konnte, was geschehen war und um was sich der Streit gedreht hatte. Und später, wie ich schon sagte, auch nicht, wo er stattgefunden hatte und wer es war, den er ermordet hatte, da er ja einmal, wie ich schon sagte, behauptete, sein Opfer sei ein gewisser Mann, der in eben dem Augenblick in der Menge stand, die ihm ins Amtszimmer des Friedensrichters folgte. Er versuchte nur, dauernd auszudrücken, was seit 25 Jahren in ihm gesteckt hatte. Weiß der Himmel, was es war. Und nun Gelegenheit oder vielleicht die Worte gefunden hatte, um aus ihm hervorzubrechen. Genau wie er es fünf Jahre später auf dem Schafott fertig brachte, die gleiche oder eine andere Sache endlich zu äußern, endlich jenen Kontakt mit der alten, fruchtbaren, greifbaren, kreisenden Erde herzustellen, über den er hatte sprechen wollen und noch nicht können, weil ihm erst dann gesagt wurde, wie er in Worte fassen musste, was es denn eigentlich war, was er wünschte. Er versuchte es, dem Deputy zu sagen, der ihn verhaftete, und dem Friedensrichter, der ihn vor Gericht stellte. Er stand im Gerichtssaal und sein Gesicht wies einen Ausdruck auf, wie ihn die Leute haben, wenn sie auf eine Gelegenheit zum Sprechen warten und hörte, wie die Anklageschrift verlesen wurde, gegen den Frieden und die Würde des souveränen Staates Mississippi, den der vorerwähnte Monk Odelthrop vorsätzlich und böswillig und mit wohlüberlegter und unterbrach mit einer schrillen und hohen Stimme, deren Klang, als er verhallte, auf seinem Gesicht den gleichen erstaunten und überraschten Ausdruck hinterließ, den auch unser aller Gesichter zeigten. Ich heiße nicht Monk, ich heiße Stonewall Jackson Odelthrop. Begreift er jetzt? Wenn es der Wahrheit entsprach, konnte er es innerhalb von fast zwanzig Jahren nicht mehr gehört haben. Nicht seit seine Großmutter starb, falls sie seine Großmutter war. Und andererseits konnte er sich nicht einmal an die Ereignisse im vergangenen Monat erinnern, als er einen Mord verübt hatte. Er konnte nicht gewusst haben, wer Stonewall Jackson war und sich dann nach ihm benannt haben. Auf dem Lande war er ein Jahr lang in die Schule gegangen. Bestimmt hatte ihn der alte Fraser hingeschickt, aber er blieb nicht. Vielleicht war sogar der Unterricht der ersten Klasse einer Dorfschule zu hoch für ihn. Er erzählte meinem Onkel darüber, als die Sache mit der Begnadigung an die Reihe kam. Er konnte sich nicht erinnern, wann er die Schule besucht hatte oder wo sie war und auch nicht, warum er abgegangen war. Doch er erinnerte sich, dass er dort gewesen war, denn es hatte ihm gefallen. Alles, woran er sich erinnern konnte, war die Stunde, in der sie alle zusammen aus Büchern vorlasen. Er wusste nicht, was sie gelesen hatten, denn er wusste nicht, was es bedeutete. Er konnte jetzt nicht einmal mehr seinen Namen schreiben. Doch er sagte, es sei schön, das Buch in der Hand zu halten und alle die Stimmen gleichzeitig zu hören und dann mit den anderen zusammen auch seine eigene Stimme zu fühlen. Er sagte, er könne seine eigene Stimme nicht hören, nämlich dadurch, dass seine Kehle summte, wie er es nannte. Er konnte also niemals von Stonewall Jackson gehört haben. Und doch war es da, ererbt von der Erde, dem Boden, ihm übermittelt von einem Volk freiwilliger Parias, eine Verkörperung des bitteren Stolzes und der unbeugsamen Unbesiegbarkeit eines Bodens und der Männer und Frauen, die über ihn hingingen und in ihm schliefen. Er wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Es war eine der kürzesten Gerichtsverhandlungen in unserem Bezirk, denn, wie ich schon sagte, trauerte niemand dem Verstorbenen nach und niemand, außer meinem Onkel Gavin, schien sich um Monk Gedanken zu machen. Er war noch nie mit einem Zug gefahren. Mit Handschellen an den Deputy gefesselt stieg er ein, mit einem neuen Overall bekleidet, den ihm jemand geschenkt hatte, vielleicht der souveräne Staat, dessen Frieden und Würde er verletzt hatte, und mit dem noch neuen, noch jungfräulich frischen, grellbunten, bebänderten, unechten Panama-Hut. Es war erst Anfang Juni, er war sechs Wochen in Untersuchungshaft gewesen, den er sich gerade in der Woche mit der verhängnisvollen Samstagnacht gekauft hatte. Im Abteil saß er auf dem Fensterplatz und blickte von dort mit seinem verschrobenen, schwammigen, törichten Gesicht auf uns nieder und winkte mit den Fingern der einen Hand, denn der nicht gefesselte Arm stützte sich aufs Fenster, bis der Zug sich in Bewegung setzte und langsam die Geschwindigkeit erhöhte, klotzig und düster, die eisernen Verbindungsstege aufeinander krachend und ihn so unseren Blicken entzog, hermetisch abgesperrt und uns mit dem Gefühl einer unwiderruflichen Endgültigkeit zurücklassend, die viel stärker war, als wenn wir mit angesehen hätten, wie sich die Zuchthaus-Tore hinter ihm schlossen, um sich nie wieder in seinem Leben zu öffnen. Den Hals reckend, um uns zu sehen, blickte sein Gesicht auf uns zurück, erschien blass und klein hinter der schmutzigen Scheibe und trug noch jenen fragenden und doch nicht erschrockenen Ausdruck, war eifrig und gelassen und ernst. Fünf Jahre später gestand einer der beiden Kumpane jener Samstag Nacht, dessen Leben durch eine Lungenentzündung und den Whisky ein Ende fand, er hätte den Schuss abgefeuert, Monk die Pistole in die Hand gedrückt und ihm gesagt, er solle sich anschauen, was er, Monk, da angerichtet habe. Mein Onkel Gavin erlangte die Begnadigung für ihn, schrieb das Bittgesuch und brachte die Unterschriften zusammen, ging zum Regierungsgebäude unserer Hauptstadt und ließ es vom Gouverneur zeichnen und rechtsgültig ausfertigen, brachte es selbst zum Zuchthaus und sagte Monk, er sei frei. Und Monk blickte ihn eine Minute lang an, bis er es begriff und begann zu weinen. Er wollte nicht weg. Er war jetzt Kalfaktor geworden. Er hatte die gleiche hündische Ergebenheit, die er dem alten Fraser entgegengebracht hatte, auf seinen Aufseher übertragen. Er hatte außer dem Brennen und dem Verkauf von Whisky nichts richtig erlernt, doch nachdem er in die Stadt gekommen war, lernte er das Ausfegen der Tankstelle. Das also machte er auch hier. Sein Leben musste jetzt ungefähr ebenso sein wie damals, als er noch in die Schule ging. Er fegte und pflegte das Haus des Aufsehers, wie es eine Frau nicht besser gekonnt hätte und des Aufsehers Frau hatte ihm das Stricken beigebracht. Weinend zeigte er meinem Onkel den Sweater, den er dem Aufseher zum Geburtstag strickte und an dem er noch wochenlang zu arbeiten hatte. Daher fuhr Onkel Gavin wieder nach Hause. Er hatte die Begnadigung mitgenommen, sie aber nicht vernichtet, denn er sagte, sie sei eingetragen und die Hauptsache sei jetzt, im Gesetz nachzuschlagen, ob ein Mann ebenso aus dem Zuchthaus geschasst werden könne wie ein Junge aus der Schule. Doch ich glaube, er hoffte noch immer, dass Monk sich vielleicht eines Tages anders besinnen würde. Deshalb hob er sie auf, glaube ich. Es war eine Woche, nachdem Onkel Gavin mit ihm gesprochen hatte. Ich glaube, Onkel Gavin hatte noch nicht einmal entschieden, wo er die Begnadigung sicher verwahren könne, als die Nachricht eintraf. Sie stand am folgenden Tag mit Schlagzeile in der Memphiser Zeitung, doch wir hatten es schon am gleichen Abend telefonisch erfahren. Monk Odell Thrapp hatte anscheinend einen misslungenen Fluchtversuch angeführt und den Aufseher kaltblütig mit des Aufsehers eigener Pistole erschossen. Diesmal konnte kein Zweifel aufkommen. Siebzig Mann hatten es mit angesehen und ein paar andere Sträflinge überwältigten ihn und nahmen ihm die Pistole weg. Jawohl. Monk, der Mann, der vor einer Woche noch geweint hatte, als Onkel Gavin ihm sagte, er sei frei, führte eine Ausbrecherbande an und beging einen Mord an dem Mann, für den er den Sweater strickte, den fertigzustellen, er weinend um Erlaubnis gebeten hatte. Einen so kaltblütigen Mord, dass seine Mitschuldigen sich gegen ihn gewandt hatten. Onkel Gavin fuhr wieder hin, um ihn zu sprechen. Er saß jetzt in Einzelhaft im Haus mit den Todeszellen. Er strickte noch immer an dem Sweater. Er strickte gut, erzählte Onkel Gavin, und der Sweater sei bald fertig gewesen. Ich habe nur noch drei Tage Zeit, sagte Monk, darum darf ich nicht trödeln. Aber warum, Monk, fragte Onkel Gavin, warum? Warum haben sie es getan? Onkel Gavin sagte, die Nadeln hätten nicht geruht und sie wären nicht einmal durcheinander geraten, als Monk ihn mit seinem gelassenen, sympathischen und fast verzückten Ausdruck anblickte. Denn er hatte keine Vorstellung vom Tode. Ich glaube, er hatte in jener Samstagnacht den Kadaver zu seinen Füßen hinter der Tankstelle gar nicht mit dem Mann in Zusammenhang gebracht, der noch eben herumlief und schwatzte und ebenso wenig die Leiche im Gefängnishof mit dem Mann, für den er den Sweater streckte. Ich weiß, es war nicht richtig, den Whisky zu brennen und zu verkaufen, sagte er zu Onkel Gavin. Ich wusste, das war es nicht. Nur, erblickte Onkel Gavin an, die Gelassenheit war noch da. Doch ein Augenblick tastete dahinter etwas anderes. Nicht Verwirrung oder Unentschlossenheit, nur ein Suchen und Tasten war es. Nur was? fragte Onkel Gavin. Der Whisky war es nicht. Was war der Whisky nicht? Er war was? Nein, nicht der. Monk blickte Onkel Gavin an. Ich weiß noch, den Tag in der Bahn und der Mann mit der Mütze streckte den Kopf zur Tür rein und rief und ich habe jedes Mal gefragt, jetzt, ja, steigen wir jetzt aus und der Deputy sagte jedes Mal Nein. Aber wenn ich da drin gewesen wäre, ohne den Deputy, der es mir gesagt hat und der Mann kommt und ruft, dann wäre ich falsch ausgestiegen. Meinen Sie das? Und jetzt wissen Sie, was richtig ist? Wo man richtig aussteigt? Ja, sagte Monk, jetzt weiß ich, was richtig ist. so, was ist richtig? Was wissen Sie jetzt, was Ihnen früher keiner gesagt hat? Er sagte es Ihnen allen. Drei Tage später ging er zum Schafott und stellte sich auf, wie es ihm befohlen wurde und hielt den Kopf gefügig und ohne aufgefordert worden zu sein, auf die eine Seite, so dass sie den Strick mühelos knüpfen konnten, das Gesicht noch gelassen, noch verzückt und mit dem Ausdruck eines Mannes, der eine Gelegenheit zum Sprechen abwartet, bis sie zurücktraten. Offenbar hielt er das für ein Zeichen, denn er sprach, ich habe gesündigt gegen Gott und die Menschen und nun habe ich dafür genug bezahlt mit meinem Leiden und jetzt, sie erzählten nachher, er habe das folgende laut gesprochen und seine Stimme sei deutlich und heiter gewesen. Die Worte müssen für ihn sehr laut geklungen haben und unwiderlegbar und sein Herz fühlte sich erhoben, denn er sprach jetzt in seiner schwarzen Kapuze drin und jetzt ziehe ich in die freie Welt hinaus und farme. Versteht ihr? Es reimt sich einfach nicht zusammen, auch wenn er nicht wusste, dass er sterben musste, so sind seine Worte doch ohne Sinn. Vom Farmen konnte er nicht viel mehr als Stonewall Jackson verstanden haben, vielleicht hatte er sich niemals damit befasst. Beobachtet hat er natürlich manches, Baumwolle und Mais auf den Feldern und Männer, die draußen arbeiteten, aber er konnte es sich früher nicht gewünscht haben, selbst zu farmen, sonst hätte er es getan, denn da hätte sich reichlich Gelegenheit geboten. Er dreht sich jedoch um und ermordet den Mann, der sein Freund war und der ihn, ob er es begriff oder nicht, vor einer Art Hölle bewahrte. Den Mann, an den er sich mit all seiner Fähigkeit zu hündischer Treue und Ergebenheit gehängt hatte und um dessen Willen er noch vor einer Woche auf seine Begnadigung verzichtet hatte. Der Grund aber sollte sein, dass er in die Welt zurückkehren und Land farmen wollte und die ganze Umstellung sollte innerhalb von einer Woche stattgefunden haben und nachdem er fünf Jahre lang der Welt so gründlich entrückt und so isoliert worden war wie nur je eine Nonne. Ja, zugegeben, dass dies die logische Folgerung eines Geistes sein könnte, den er kaum besaß und zugegeben, dass sie mächtig genug war, ihn zu bewegen, seinen einzigen Freund zu ermorden. Ja, es war die Pistole des Aufsehers. Wir hörten darüber. Der Aufseher bewahrte sie in seinem Hause auf und eines Tages verschwand sie und um etwas über ihren Verbleib zu erfahren, ließ der Aufseher seinen Negerkoch, einen anderen Kalfaktor, der logischerweise der Nächste hätte sein können, sie zu stehlen, schwer verprügeln, um ihm die Wahrheit abzuzwingen. Dann fand Monk die Pistole an einer Stelle, wo sie der Aufseher selbst versteckt hatte, wie er sich nachträglich erinnerte, und Monk gab sie ihm. All das zugegeben, wie in aller Welt konnte ihn der Drang gepackt haben, wie konnte die Sehnsucht Land zu bestellen, in ihn hineingeraten sein, an dem Ort, wo er sich jetzt befand. Das sagte ich zu Onkel Gavin. Es reimt sich doch zusammen, erwiderte Onkel Gavin. Wir haben nur noch nicht die richtigen Reimpaare beieinander, und sie kannten sie auch nicht. Sie? Ja, sie hängten nicht den Mann, der Gambrel ermordet hat, sie haben nur die Pistole gekreuzigt. Was meinst du damit? fragte ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich es niemals wissen. Wahrscheinlich werde ich es niemals wissen. Aber es reimt sich zusammen, wie du es nennst. irgendwo, es muss sich zusammenreimen. Denn schließlich wäre das selbst für Begleitumstände ein zu großes Possenspiel und erst recht für einen Blödsinnigen aus Fleisch und Blut. Doch das letzte Possenreißer-Stück der Begleitumstände wird wohl darin bestehen, dass wir es nie erfahren. Und doch erfuhren wir es. Onkel Gavin kam rein zufällig darauf. Und außer mir sagte er es niemand. Und ich werde euch erzählen, warum nicht. Zu jener Zeit hatten wir als Gouverneur einen Mann ohne Vorfahren. Und über seine Vergangenheit wusste man nicht viel mehr als über Monks Vergangenheit. Er war ein Politiker, ein gerissener Mann, der es, wie einige von uns, Onkel Gavin und andere im Staat fürchteten, noch weit treiben würde, wenn er am Leben bliebe. Etwa drei Jahre nach Monks Tode kündete er unversehens eine Art Jubiläum an. Er setzte einen Tag für die Zusammenkunft des Begnadigungskomitees im Zuchthaus fest und erwähnte, er würde verschiedenen Sträflingen Begnadigungen ausstellen, etwa auf die gleiche Art wie der englische König an seinem Geburtstag adelt und Orden verteilt. Natürlich sagte die ganze Opposition, er verauktioniere die Begnadigungen. Aber Onkel Gavin war nicht diese Ansicht. Er sagte, der Gouverneur sei viel durchtriebener. Das nächste Jahr sei ein Wahljahr und der Gouverneur gewinne nicht nur die Stimmen von den Verwandten der Männer, die er begnadigte, sondern er stelle auch den Moralisten und Puristen eine Falle, die ihm immer Korruption vorwerfen wollten und dann aus Mangel an Beweisen verstummen müssten. Doch war es bekannt, dass er das Begnadigungskomitee völlig unter dem Daumen hatte. Daher konnte die Opposition nur dadurch Einspruch erheben, dass sie Komitees bildete, die dabei zugegen sein sollten. Welchem Schritt der Gouverneur – oh, er war gerissen – sehr höflich zustimmte und so weit ging, dass er ihnen eine Transportgelegenheit zur Verfügung stellte. Onkel Gavin war einer der Delegierten unseres Bezirks. Er sagte, sämtliche inoffiziellen Delegierten hätten Durchschläge der Listen mit den Namen der für die Begnadigung vorgesehenen erhalten, vermutlich alle, die genügend stimmberechtigte Verwandte hatten. Dazu ihr Verbrechen, das Urteil, die bereits abgesessene Zeit, der Auszug aus dem Führungsregister und so weiter. Es fand im Esssaal des Zuchthauses statt. Er sagte, er und die anderen Delegierten hätten auf den harten Bänken ohne Rückenlehne an der einen Wand gesessen, während der Gouverneur und sein Komitee am Tisch auf dem erhöhten Podium Platz genommen hatten, wo sonst die Wärter saßen, solange die Gefangenen aßen. Und dann wurden die Gefangenen hereingeführt. Der Gouverneur las den ersten Namen von der Liste ab und befahl dem Mann an seinen Tisch heranzutreten. Doch keiner rührte sich. In ihren gestreiften Overalls drängten sie sich einfach dichter aneinander und tuschelten leise, während die Wärter die Männer anschnauzten, sie sollten vortreten. Und der Gouverneur von seiner Liste aufblickte und sie mit erhobenen Augenbrauen ansah. Dann sagte jemand in der hintersten Reihe, »Lassen Sie Terrell für uns sprechen, Gouverneur. Wir haben ihn gewählt, damit er für uns alle redet.« Onkel Gavin blickte nicht sofort auf. Er blickte auf seine Liste, bis er den Namen fand. Terrell Bill, Totschlag, 20 Jahre, sitzt seit dem 9. Mai 1900 zu uns, Begnadigung beantragt im Januar 1900 zu uns, Veto eingelegt vom Aufseher C.L. Gamble. Begnadigung beantragt im September 1900 zu uns, Veto eingelegt vom Aufseher C.L. Gamble. Führungsregister, Unruhestifter. Dann blickte er auf und sah, wie Terrell aus der Schar der Übrigen hervortrat und sich dem Tisch näherte. Ein großer Mann, ein klobiger Kerl mit einer Adlernase im dunklen Gesicht, das bis auf die bleichen gelben Augen und einen Wust wilden schwarzen Haars indianisch wirkte. Mit einer merkwürdigen Mischung aus Anmaßung und Unterwürfigkeit bis zum Tisch stolzierte und stehen blieb und ohne abzuwarten, bis er zum Sprechen aufgefordert wurde, mit einer seltsamen hohen Leierstimme begann, aus der die gleiche kriechende Anmaßung sprach. Eure Gnaden und ehrenwerte Gentlemen, wir haben gesündigt gegen Gott und die Menschen, aber jetzt haben wir mit unseren Leiden genug dafür bezahlt und nun wollen wir hinausziehen in die freie Welt und farmen. Onkel Gavin war auf dem Podium, fast noch ehe Terrell zu sprechen aufhörte und er lehnte sich über den Stuhl des Gouverneurs und der Gouverneur wandte sein kleines, durchtriebenes, rundliches Gesicht und die unergründlichen, berechnenden Augen meinem Onkel Gavin und seiner Aufregung und Eile zu. Schicken Sie den Mann einen Augenblick zurück, bat Onkel Gavin, ich muss Sie unter vier Augen sprechen. Der Gouverneur blickte Onkel Gavin noch einen Augenblick länger an, das Marionettenkomitee blickte ihn auch an, aber ohne den geringsten Ausdruck in den Gesichtern, sagte Onkel Gavin. Oh, gewiss, Mr. Stevens, sagte der Gouverneur. Er stand auf und folgte Onkel Gavin bis an die Wand unter dem vergitterten Fenster und der Mann Terrell stand noch vor dem Tisch mit plötzlich erhobenem Kopf und vollkommen unbeweglich und das Licht aus dem Fenster glomm wie zwei Streichholzflammen in seinen gelben Augen, als er Onkel Gavin anstarrte. Governor, der Mann hat einen Mord begangen, sagte Onkel Gavin. Der Gouverneur verzog keine Miene. Totschlag, Mr. Stevens, sagte er, Totschlag. Als Privatpersonen und ehrenwerte Bürger des Staates und als seine bescheidenen Diener können Sie und ich doch sicher den Wahrspruch eines geschworenen Gerichts von Mississippi akzeptieren. Davon spreche ich nicht, erwiderte Onkel Gavin. Er erzählte, dass er es gerade so gesagt habe aus seiner Hast heraus, als könnte Terrell sich in nichts auflösen, falls er sich nicht beeilte. Er sagte, er habe ein schreckliches Gefühl gehabt, dass der kleine, unergründliche, höfliche Mann vor ihm den Terrell einfach mit Hilfe seines kalten Willens und seines Ehrgeizes und seiner amoralischen Schamlosigkeit aus dem Bereich aller Bestrafung wegzaubern könnte. Ich spreche von Gamble und dem Schwachsinnigen, der hier gehängt wurde. Der Mann dort hat sie beide umgebracht, so eindeutig, als hätte er die Pistole abgefeuert und in Strick geknüpft. Das Gesicht des Gouverneurs veränderte sich noch immer nicht. Das ist eine merkwürdige Anklage, um nicht zu sagen, eine schwerwiegende, entgegnete er. Sie haben natürlich Beweise. Noch nicht, aber ich werde sie beschaffen. Lassen Sie mich zehn Minuten allein mit ihm sprechen. Ich werde mir den Beweis von ihm selbst beschaffen. Er muss ihn mir liefern. Aha, sagte der Gouverneur. Jetzt sah er Onkel Gavin eine ganze Minute lang nicht an. Als er wieder aufblickte, hatte sein Gesicht noch immer keinen anderen Ausdruck angenommen, und doch hatte er etwas daraus fortgewischt, als wäre er mit einem Taschentuch darüber gefahren. Er machte mir nämlich ein Kompliment, erzählte Onkel Gavin, mir und meiner Intelligenz. Er sprach jetzt die reine Wahrheit. Er machte mir damit das größte Kompliment, das er zu vergeben hatte. Was glauben Sie, was das nützen würde? fragte er. Sie meinen, begann Onkel Gavin, Sie blickten einander an. Sie würden ihn also trotzdem auf die Bürger dieses Staates, dieses Landes loslassen, nur wegen ein paar Stimmen? Warum nicht? Wenn er wieder mordet, wartet hier immer noch das Zuchthaus auf ihn, in das er zurückkehren kann. Jetzt war es Onkel Gavin, der einen Augenblick nachdachte, wenn er auch nicht den Blick senkte. Und wenn ich nun wiederholte, was Sie eben sagten? Ich habe auch dafür keine Beweise, aber man würde mir glauben. Und dann würden Sie Stimmen verlieren. Tja. Aber sehen Sie, jene Stimmen habe ich schon verloren, weil ich sie niemals besessen habe. Verstehen Sie? Sie zwingen mich, etwas zu tun, was trotz allem auch gegen meine eigenen Grundsätze verstoßen mag, falls Sie mir Grundsätze zugestehen. Jetzt habe ihn der Gouverneur mit einem fast herzlichen, fast mitleidigen Ausdruck angesehen, sagte Onkel Gavin und sehr eigentümlich. Mr. Stevens, Sie sind, was mein Großpapa als einen Gentleman bezeichnet haben würde. Er hätte es Ihnen ins Gesicht geschleudert, weil er Sie und Ihresgleichen hasste. Wahrscheinlich hätte er Ihnen eines Tages hinter einem Zaun lauernd das Pferd unter dem Leib weggeschossen, aus Prinzip. Und Sie versuchen, die Ideen von 1860 in die Politik des 20. Jahrhunderts einzuführen. Und die Politik des 20. Jahrhunderts ist eine miese Sache. Ja, ich denke manchmal, das ganze 20. Jahrhundert ist eine miese Sache, die gen Himmel stinkt, irgendwem in die Nase. Aber einerlei. Er drehte sich jetzt um und blickte auf den Tisch und den Saal voller Gesichter, die ihn beobachteten. Lassen Sie sich von einem Wohlgesinnten, auch wenn er sich nicht Ihren Freund nennen kann, einen Rat geben und lassen Sie die Finger von dieser Angelegenheit. Wie ich soeben sagte, wenn wir ihn freilassen und er mordet wieder, kann er stets hierher zurückkehren und wieder begnadigt werden, sagte Onkel Gavin. Wahrscheinlich. Die Bräuche ändern sich nicht so schnell, müssen Sie bedenken. Aber Sie erlauben mir unter vier Augen mit ihm zu sprechen, ja? Der Gouverneur blieb stehen und blickte sich höflich und freundlich zu ihm um. Oh, gewiss, Mr. Stevens, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen einen Gefallen zu erweisen. Sie führten ihn in eine Zelle, sodass ein Wächter mit Gewehr hinter der vergitterten Tür stehen konnte. Sehen Sie sich vor, sagte er zu Onkel Gavin. Reizen Sie ihn nicht. Ich habe keine Angst, erwiderte Onkel Gavin. Er sagte, er sei jetzt nicht einmal besorgt, obwohl der Wächter nicht wusste, was er damit meinte. Ich habe weniger Grund, ihn zu fürchten, als selbst Mr. Gambrell, weil Monk Odelthropp jetzt tot ist. Sie standen also in der kahlen Zelle und blickten einander an, Onkel Gavin und der indianisch aussehende Riese mit den wilden gelben Augen. So, so, diesmal sind Sie's also, der mich verpfiffen hat, sagte Terrell mit seinem merkwürdigen, fast winselnden Genesel. Wir hatten auch über seinen ersten Fall gehört. Es hatte in den Mississippi-Zeitungen gestanden und überdies war es nicht sehr weit weg geschehen und auch Terrell war kein Farmer. Onkel Gavin sagte, das sei es gewesen, noch bevor er merkte, dass Terrell genau die gleichen Worte äußerte, die Monk unter dem Galgen gesprochen hatte. Das sei es gewesen, nicht die Übereinstimmung der Worte, sondern die Tatsache, dass weder Terrell noch Monk je irgendwo gefarmt hatten. Es war auch eine Tankstelle gewesen, diesmal in der Nähe der Bahn und ein Bremser auf einem Nachtgüterzug bezeugte, zwei Männer gesehen zu haben, die aus dem Gebüsch hervorstürzten, als der Zug durchfuhr und etwas trugen, was, wie sie später herausstellte, ein Mensch war, ob schon tot oder noch lebendig, das vermochte der Bremser nicht zu sagen, und das Ding unter den Zug schleuderten. Die Tankstelle gehörte Terrell und die Schlägerei wurde ihm nachgewiesen und er wurde verhaftet. Zuerst leugnete er die Schlägerei, dann leugnete er, dass der Tote anwesend war, dann behauptete er, der Tote hätte seine, Terrells Tochter verführt und sein, Terrells Sohn hätte den Mann getötet und er bemühe sich nur, den Verdacht von seinem Sohn abzulenken. Die Tochter und der Sohn stritten es beide ab und der Sohn erbrachte ein Alibi und der seine Kinder verfluchende Terrell wurde aus dem Gerichtssaal geschleppt. Einen Augenblick bitte, sagte Onkel Gavin. Ich möchte Ihnen erst eine Frage stellen. Was haben Sie zu Monk Odlethrop gesagt? Nichts, rief Terrell. Ich habe ihm nichts gesagt. Gut, sagte Onkel Gavin. Das ist alles, was ich wissen wollte. Er wandte sich um und sprach mit dem Wächter hinter der Tür. Wir sind fertig, Sie können uns herauslassen. Halt, rief Terrell. Onkel Gavin wandte sich um. Terrell stand wie vorher in seinem gestreiften Overall da, groß und hart und mager mit wilden, unergründlichen gelben Augen und redete mit seiner halbwinselnden Näselstimme. Warum wollen Sie mich hier einsperren und festhalten? Was habe ich Ihnen überhaupt getan? Sie sind reich und frei und können hingehen, wohin Sie wollen, während ich hier dann fauchte er los. Onkel Gavin erzählte, er habe gefaucht, ohne auch nur die Stimme zu erheben, sodass der Wächter auf dem Gang draußen ihn nicht gehört haben konnte. Nichts, sage ich Ihnen, ich habe ihm nichts gesagt. Doch diesmal blieb Onkel Gavin nicht einmal genügend Zeit, sich umzudrehen. Er erzählte, Terrell sei mit zwei Schritten, die nicht das leiseste Geräusch machten, an ihm vorbeigesprungen und habe auf den Gang hinausgespäht. Dann drehte er sich um und blickte Onkel Gavin an. Hören Sie, sagte er, wenn ich es Ihnen erzähle, geben Sie mir dann Ihr Wort, dass Sie nicht gegen mich stimmen. Ja, sagte Onkel Gavin, ich werde nicht gegen Sie stimmen, wie Sie es nennen. Aber wie kann ich wissen, ob Sie nicht lügen? Ha, sagte Onkel Gavin, wie können Sie es wissen? Außer, Sie riskieren es. Sie blickten einander an. Dann senkte Terrell den Blick. Onkel Gavin erzählte, Terrell habe die eine Hand vor sich hingehalten und er, Onkel Gavin, habe gesehen, wie die Knöchel langsam weiß wurden, während Terrell sie zur Faust ballte. Es hat den Anschein, als müsste ich es tun, sagte er. Es hat einfach den Anschein, als müsste ich es tun. Dann blickte er auf. Er keifte jetzt doch nicht lauter, als vorhin, da er gefaucht hatte. Aber wenn Sie mir was tun und ich komme jemals hier raus, dann können Sie was erleben. Haben Sie es verstanden? Dann können Sie was erleben. Wollen Sie mir drohen? fragte Onkel Gavin. Sie? Da stehen Sie in Ihrem gestreiften Overall, hinter sich eine Mauer und vor sich die versperrte Tür und ein Mann mit einem Gewehr. Sie wollen mich wohl zum Lachen bringen. Ich will gar nichts, erwiderte Terrell. Er wimmerte jetzt beinahe. Ich will nur Gerechtigkeit. Das ist alles. Nun begann er wieder mit der gleichen unterdrückten Stimme zu fauchen und starrte anscheinend auch wieder auf seine verkrampften weißen Knöchel. Ich habe mich zweimal drum bemüht, habe mich zweimal um Gerechtigkeit und Frieden bemüht. Aber er war schuld. Er war es. Er wusste, dass ich es auch wusste. Habe ihm gesagt, ich würde. Er brach ab, so plötzlich, wie er begonnen hatte. Onkel Gavin sagte, er habe ihn atmen, ihn keuchen gehört. Das war Gambrel, sagte Onkel Gavin. Nun weiter. Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich es tun würde, weil er mich nämlich ausgelacht hat. Das brauchte er ja nicht. Er hätte gegen mich stimmen können und fertig. Er hätte nicht lachen dürfen. Er hat gesagt, ich würde hier bleiben, solange er mich halten könnte und er sei lebenslänglich hier. Und das war er auch. Er war sein Leben lang hier. Genauso lange war er hier. Doch er lachte nicht, sagte Onkel Gavin. Es war kein Lachen. Ja, und deshalb sagten sie zu Monk, ja, hab's ihm gesagt. Hab ihm gesagt, hier sind wir alle. Arme, dumme Leute vom Land, die nie eine Chance gehabt haben und die Gott erschaffen hat, damit sie draußen im Freien, in der freien Welt lebten und für ihn auf seinem Land farmten. Nur wären wir arm und dumm und wüssten es nicht. Und die reichen Leute sagten es uns erst, wenn's zu spät ist. Wir wären arme, dumme Leute vom Land, die nie einen Zug gesehen hätten und in den Zug steigen müssten und keiner kümmert sich drum und sagt uns, wo wir aussteigen müssten, um in der freien Welt zu farmen, wie Gott es von uns gewollt hat. Und dass der Gamble es wäre, der uns daran hindert, der uns eingesperrt hält und uns nicht in die freie Welt lässt und uns auslacht gegen Gottes Wunsch. Aber ich hab ihm nicht gesagt, er soll's tun. Ich hab ihm bloß gesagt, und jetzt können wir nie wieder raus, weil wir keine Pistole haben. Wenn wir aber eine Pistole hätten, dann könnten wir in die freie Welt rausgehen und da farmen, weil's das ist, was Gott mit uns im Sinn gehabt hat und das wollen wir auch tun. Ist das etwa nicht das, was wir tun wollen? Und er hat gesagt, ja, das ist es. Ja, das wollen wir. Und ich hab gesagt, nur haben wir keine Pistole. Und er hat gesagt, ich kann eine Pistole bekommen. Und ich hab gesagt, dann wollen wir in die freie Welt hinausgehen, denn wir hatten uns gegen Gott versündigt. Nur war's nicht unser Fehler, sondern sie hatten es uns nicht gesagt, was er mit uns im Sinn gehabt hat. Aber jetzt wissen wir, was es ist, denn wir wollen in die freie Welt hinausgehen und für Gott farmen. Und mehr hab ich ihm nicht gesagt. Ich hab ihm nie gesagt, dass er was tun soll. Und jetzt können Sie hingehen und Ihnen alles erzählen. Mich können Sie auch noch hängen. Gambrill ist verfault und der Schwachkopf ist verfault und ich möchte ebenso gern in der Erde verfaulen als hier drin. Gehen Sie und erzählen Sie es Ihnen. Ja, sagte Onkel Gavin, ist gut. Sie kommen frei. Eine Minute lang rührte sich Terrell überhaupt nicht. Dann sagte er, frei? Ja, sagte Onkel Gavin. Aber merken Sie sich etwas. Vor einer Weile haben Sie mir gedroht. Jetzt drohe ich Ihnen. Und das Merkwürdige ist, ich kann meine Drohung aufrechterhalten. Ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Und wenn das nächste Mal wieder etwas passiert und wenn das nächste Mal wieder jemand versucht, Ihnen einen Totschlag anzuhängen und Sie finden keinen, der für Sie aussagt, Sie wären nicht dabei gewesen und auch keinen von Ihren Angehörigen, der die Schuld auf sich nimmt, dann, Sie verstehen mich wohl. Terrell hatte aufgeblickt, als er frei sagte, aber jetzt ließ er den Blick wieder sinken. Verstehen Sie es? fragte Onkel Gavin. Ja, ich verstehe es, sagte Terrell. Gut, sagte Onkel Gavin. Er drehte sich um. Er rief den Wächter. Jetzt können Sie uns rauslassen, sagte er. Er kehrte in den Esssaal zurück, wo der Gouverneur die Sträflinge einen um den anderen aufrief und ihnen ihre Papiere gab und wo der Gouverneur sich wiederum unterbrach und mit seinem glatten, undurchdringlichen Gesicht zu Onkel Gavin aufblickte. Er wartete nicht ab, dass Onkel Gavin sprach. Sie hatten Erfolg, wie ich sehe, sagte er. Ja, möchten Sie es hören? Mein lieber Herr, nein, ich muss darauf verzichten. Ich möchte es noch stärker formulieren. Ich muss es ablehnen. Wieder, sagte Onkel Gavin, blickte er ihn mit einem Ausdruck an, der herzlich und spöttisch und mitleidig war und doch aufmerksam und neugierig. Ich bin jetzt wirklich überzeugt, dass Sie nie die Hoffnung aufgeben werden, die bewusste Sache zu ändern. Nicht wahr? Daraufhin, so erzählte Onkel Gavin, habe er einen Augenblick keine Antwort gegeben. Dann habe er gesagt, nein, nie. Sie wollen ihn also freilassen. Wirklich. Und jetzt erzählte er sein, dass Mitleid und die Herzlichkeit verschwunden und das Gesicht sei so gewesen, wie er es zuerst gesehen hatte. Glatt und völlig undurchdringlich und falsch. Mein lieber Mr. Stevens, sagte der Gouverneur, Sie haben mich bereits überzeugt. Doch ich bin nur der Schiedsrichter dieser Sitzung. Dort sind die Stimmberechtigten. Und glauben Sie, dass Sie diese Herren überzeugen könnten? Und Onkel Gavin sagte, er habe sich nach Ihnen umgeblickt. Identische Marionettengesichter der sieben oder acht fabrikfertigen Obersten aus des Gouverneurs zahllosen Bataillonen. Nein, antwortete Onkel Gavin, das kann ich nicht. Daher ging er sogleich. Es war mitten am Vormittag und heiß, aber er kehrte sofort nach Jefferson zurück, fuhr über das weite, hitzeflimmernde Land, zwischen der Baumwolle und dem Mais, auf Gottes ewig fruchtbaren, fühllosen Äckern, die jede Korruption und Ungerechtigkeit überdauern würden. Er freute sich über die Hitze, sagte er, freute sich zu schwitzen, herausschwitzen zu können, was er geschmeckt und gespürt hatte, dort, wo er gewesen war. Untertitelung des ZDF,